Warnung! Dieses Video enthält laute Geräusche und kann zum Herzstillstand führen. Ja, das ist Crenalo. Ihr kennt ihn vielleicht auch unter dem Namen Anfänger-Noob. Mit denen habe ich früher mal ein paar Videos aufgenommen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Er war einer meiner ersten. Komm, wir gehen in einen großen Server mit vier Leuten rein. Nö, wir gehen zu zweit. Oh ne, bitte. Wir gehen jetzt hier rein, komm. Hä? Hoffentlich bleiben wir zu zweit. Was habe ich hier geschrieben? Ich verstehe nicht. Ja. Los geht. Nein. Roblox hier in Northern Home. Oh ne. Ist jetzt schon gut. Oh, man kann sprinten. Ja. Komm, folg mir. Komm, folg mir. Folg mir. Nicht danach. Oh nein. Was hast du getan? Wieso hast du dagegen geklopft? Das ist schon jetzt schön. Komm, folg mir. Oh nein. Hier liegen Blätter. Pepsi. Oh nein, das ist keine Pepsi. Ich will irgendwas trinken, damit ich nicht so angefangen kann. Ich habe Schlüssel. Wir sind so dumm. Wo? Wo ist der Schlüssel? Oh. Oh nein. Front door locked. Ist offen. Oh. Oh. Nein, was ist da? Oh ne. Nichts. Ich verstecke mich hinter dir. Ich werde mit schlossenen Augen einfach durchrennen. Ich muss mein Zimmer. Ich muss mein Zimmer. Ich muss mein Zimmer. Was war das für ein Geräusch? Ich kann Horrorspiele nicht gut vertragen. Ich kann Horrorspiele nicht gut vertragen. Da stand, wir brauchen irgendwas, um diese Tür aufzumachen. Vielleicht eine Brechtstange. Oh. Oh. Wer sitzt da? Oh nichts. Oh nein. Oh. Oh. Ich will da nicht rein. Gehen wir rein? Ja. Lange, dünne, dunkle Gänge. Und was? Da haben wir nicht was abgeschlossen. Das ist schon so. Ladies first. Traust du dich ins Klo zu gucken? Oh ne. Gerade die Ladadam. Das ist so ein schöner Spaziergang. Hier kann man nichts öffnen. Oh, bleibst du. Gehen wir rein? Ich hab nen Schlüssel. Oh nein, da geht's noch weiter. Wir gehen rein. Oh, hier kommt das Wasser her. Bleib. Ich glaub ich nicht. Und was macht den? Hinter uns! Hinter uns. Uns, stell dich um. Was? Ein Teddyherr. Ein Teddyherr! Ein Teddyherr! Da war grad der Monster. Folg dir! Du wirst sterben. Du willst sterben, das trägt ein Monster. Du hast es gerade nicht gesehen, das war dieser nackte Affe. Lass mich durch. Ich werde den J***** annehmen, wenn dein J***** kommt. Ich laufe einfach durch. Ich will den Spiegel gar nicht anklicken, vielleicht passierte dann irgendwas. Äh, ich hab's geraten. Was denn? Ich hab's geraten, das war richtig. Oh nein. Es ist ein Geräusch. No, not first. Hinter dir. Labyrinth. Oh nein. Ja, wir müssen den Code und die Leiter und den Schlüssel finden. Und hier ist das Labyrinth-Eingang. Hauptsache, du bringst es nicht zum sicheren Tod oder so. Ah, hinter dir! Hinter dir! Bist du tot? Ja. Nein, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nur wieder. Bist du auch tot? Ja. Wir müssen das jetzt die ganze Zeit durchmachen. Das ist hier beim Rennen. Einfach durchrennen. Du kannst ruhig vorne laufen. Nein. Komm. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, Sammy! Er ist nicht mehr da. Okay, doch, er ist da. Lass uns den anderen Weg gehen! Schnell! Bevor er aufrollt! Ich hab den Code! 2413, merk dir das! Der ist da! 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 So, wo ist das Haus? Nein, nein! Nein, nein! Nein! Da ist das! Ich hab das Haus! Hinter uns ist der Zombie. Was? Was? Hinter uns ist der Zombie. Nein. Doch! Äh! Ich hab ein Mensch! Doch! Er ist da! Nein! Was ist das denn? Was ist denn? Nein! Oh nein! Wir gehen hier nach. Okay, für die Leiter müssen wir erst mal nur nach oben. Komm los! Schnell! Nein! Ich glaub, man muss sich in diesem Labyrinth aufteilen. Ich weiß. Du hältst ihm in Schach. Ich hol den Schlüssel. Was? Ich hol den Schlüssel. Okay. Ich hab mich verlaufen. Ich bin am Haus. Aha. Wir brauchen die Leiter und müssen die zum Key bringen. Ins Haus. Dann können wir die Leiter platzieren, um den Key zu kriegen. Und mit dem Key müssen wir zum Escape. Und mit dem Code. Und was ist der Code nochmal? 2413. 313. Wir müssen um ihn herum rennen. Gehst du mit? Ja. Und los! Ja, ich hab's. Los! Du schaffst es! Verfolgte dich? Ich geh außen rum, ja. Verfolg mich. Ich hab die Leiter. Ich darf es aber nicht. Okay. Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Aber. Ich hab's geschafft. Ich darf nur nirgends wohl eine Saatkasse laufen. Okay. Ich kenn aber den Weg zurück. Ich muss nur noch den Weg zurück laufen. Ich bin verlaufen. Und dann wissen wir wo das alles ist. Wir haben es fast geschafft. Ich hab mich verlaufen. Merk dir den Code. 2413. 2413. Okay. Ich bin wieder. Okay. Wo bist du? Aha. Warte. Wir müssen den erstmal hier hinlocken. Los, 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 los. Hier lauter. Ich hab die. Ja. Ich hoffe er kann nicht klettern. Geh weg. 2413. Ja. Ja. Kann er klettern? Ich hol mir den Key auch. Da unten ist er. Ja. Er kämpft. Ich glaub wir müssen überspringen. Ich glaub wir müssen überspringen. Hier ist Saatkasse. Ist du tot? Nein. Let's go. Dün 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 dün. Dün 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 dün. Oh. 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 Wir sind wieder hier. Okay wir brauchen ein Tool müssen wir finden. Oh. Oh. Ach hier ich hab eins. Wo denn? Hier irgendwo? Ah da. Oh da. Wie konnte man das nicht direkt finden? Geh mal weg. Ich mach das. So. Ja. Noch was? Ja. 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 Irgendwas passiert. 更zhou. Ja. Ja. Weil sie es so juntele.